Hallo und herzlich willkommen auf meiner YouTube-Seite. Mein Name ist Sonja Ariel von Staden. Ich bin spirituelle und ganzheitliche Künstlerin mit Leib und Seele. Ich bin hier auf der Erde, um den Menschen, mit dem, was ich selbst erfahre, Botschaften zu bringen, ihnen Inspirationen und Ideen für ein glückliches Leben zu schenken. Du findest auf diesem YouTube-Kanal meine monatlichen Engelbotschaften, dich aus der Welt der Engel auf die Erde bringe, um Menschen zu inspirieren und ihnen Impulse für die kommenden Wochen zu geben. Du findest auch Meditationen, Heilgesänge und Mitschnitte von meinen Vorträgen und Seminaren. Lass dich inspirieren, lass dich begleiten von der bunten Welt der Seele und öffne dich in deinem Herzen. Da ist noch so viel mehr, als du vielleicht bis jetzt wahrnimmst. Genieße deine Zeit auf Erden. Alles Liebe, deiner Sonja Ariel von Staden